So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Es ist mitten in der Früh, 7.12 Uhr. Ich möchte mein heutiges Video für 15 Uhr vorbereiten. Normalerweise wäre heute Raid am Mittwoch dran, aber ich werde Raid am Mittwoch wieder auf den Donnerstag verschieben, da gestern Abend 22 Uhr der nächste Community Day angekündigt wurde. Jetzt endlich auch mit offiziellen Blogpost. Also es gab ja vorher natürlich wieder schon Leaks mit dem Pokémon, aber die restlichen Infos mit Attacken, mit Boni, waren noch nicht bekannt. Jetzt ist er da, deswegen werde ich den direkt für Mittwoch jetzt zünden und dann eben für Donnerstag, Raid am Mittwoch, am Donnerstag raushauen. Ah, die Schatz ist auch hier neben mir, da quietscht die ganze Zeit wie eine Gummiende. Der hat Hunger, aber erst um 8 ist Frühstückszeit hier im Hause. Da muss der sich dran gewöhnen. Community Day im Mai 24. Fruberl. Fruberl. Die fruchtige Beere. Ne, was ist das? Eigentlich sieht es doch aus wie ein, ja gut, ein Apfel ist es auch nicht, dafür gibt es dann irgendwann Knapfel oder was. Was weiß ich denn, wie es alles heißt? Sieht auf jeden Fall unspektakulär aus. Meiner Meinung nach auch kein gutes Pokémon. Vielleicht könnt ihr sagen, doch, das ist richtig krass und fett. Und ist auf jeden Fall ein neues Shiny. Also das ist cool. Ich mag es ja sowieso immer, wenn Pokémon beim Seeday als Shinies eingeführt werden. War jetzt nicht der Fan, wenn Pokémon, die durch 30 Events vorher als Shinies eingeführt wurden, dann nochmal ein Seeday bekommen. Und wenn die dann noch unnütz sind, ist es sowieso Quatsch. Wann haben wir das ganze Ding jetzt? Es gibt aufregende Neuigkeiten. Das Obst-Pokémon Fruberl steht im Mittelpunkt. Community Day, Sonntag, der 19. Mai. Heute ist er 8.05. am 19.05. 14 bis 17 Uhr. Schreibt es euch in den Kalender. Fruberl erscheint mehr in der Wildnis mit erhöhter Shiny-Variante, äh, Shiny-Möglichkeit, Shiny-Chance. Entwickelt Frubaila während des Events oder bis zu 5 Stunden danach zu Fruyal. Dann bekommt es die Ladeattacke Turmkick. 110 Schaden in Trainerkämpfen, 90 Schaden in Arenakämpfen oder Raidkämpfen. Also es ist auch ein dreistufiges Pokémon, wer das jetzt noch nicht wusste. Und ja, Turmkick, Turmkick ist sicherlich eine Kampfattacke. Oder stand das schon dabei? Ich weiß nicht mehr, dann ist das Ding Pflanze und Kampf. Ja, ist ja so richtig. Es wird wieder für 1 Euro eine Spezialforschung geben, wo ich immer sage, die lohnt sich. Holt euch die, wenn ihr sagt, ihr spielt Pokémon, ihr wisst nicht, ob ihr da Geld reininvestieren sollt oder nicht, wenn ihr euch nichts holt. Aber der 1 Euro für den Sea Day einmal im Monat, der muss schon drin sein. Denn da gibt es immer viele tolle Items. Ihr kriegt auch immer gleich wieder ein Glücksei dazu, was ihr am Sea Day ja eh nutzen sollt eigentlich zum Anfang, um eure Levelaufstiege mit euren Freunden zu machen. Dann gibt es auch wieder fertig entwickelte Fruyal aus der Forschung. Event Boni, doppelte Fangbonbons. Das wäre jetzt bei einem richtig krassen Pokémon natürlich schöner, wie Drassler, wie Lavitar, wie Kindwurm, dass du richtig viel Bonbons machst, richtig viel hochziehen kannst, eine 6er Almedia aufbauen. Ach, die ist so süß. Eier während des Events in eine Brutmaschine, also Eier schlüpfen viermal so schnell. Ich nutze ja eh nur den unendlichen Brüter, das wird mich jetzt nicht großartig betreffen, weil ich versuche die Brüter jetzt alle aufzuheben für das Go-Fest. Wenn ihr gerne brüten wollt, ich wüsste jetzt nicht, was man gerade brüten soll, was gerade so besonders ist, dann nutzt halt das. Doppelt hohe Chancen auf XL-Bonbons beim Fangen für Trainer ab Level 31. Lockmodule, drei Stunden Rauch, drei Stunden Schnappschüsse. Macht die Schnappschüsse. Könnt ihr eure Medaille gut pushen und überhaupt kriegt ihr halt nochmal fünf zusätzliche Pokémon, weil fünf sind das ja glaube ich immer ein zusätzlicher Spezialtausch. Momentan haben wir einen, an dem Tag habt ihr dann also zwei und tauschen. Allgemein kostet wieder 50% weniger Sternstaub, sodass ihr auch danach hinsetzen könnt, wieder schillingen mit seinem Vater und könnt auch 100 Stück hin und her tauschen, bis ihr ein gutes habt, das dann durchentwickelt, das dann hochzieht. Wenn ihr es braucht, also ich brauche es eigentlich nicht, ich werde wieder meine Challenge machen, eine Stunde rumlaufen und gucken, wer kriegt die meisten Shinies. Wer das erste, wer das letzte, kurze Ausbeute und dann kann ich eigentlich wieder alles verschicken, weil CD-Shinies sind ja sowieso nichts wert, weil die gefühlt ja jeder hat. Es gibt wieder die Bonus-Raid-Kämpfe nach dem Community-Day. Raids in Stufe 4 mit Frobeiler sind nur vor Ort möglich. Kannst du nicht einladen. Habe ich noch nie gemacht. Manche machen das als Challenge, um zu gucken, ob sie die schaffen, weil die doch recht schwierig sind. Wenn ihr die schafft, erscheinen für eine halbe Stunde um die Arena rum im Umkreis von 300 Metern oder so noch mal mehr von den CD-Pokémon. So könnt ihr den also künstlich verlängern. Euren CD-Day braucht es aber eigentlich nicht. Vor allem nicht bei so einem Pokémon. Und drei Stunden sind eigentlich ausreichend. Es wird Feldforschungsaufgaben geben, da kriegt ihr wieder Frobeil als Begegnung, Sternenstaub, Superbälle und mehr. Es wird Showcases geben an den Pokestopes. Die gehören ja zum CD sowieso dazu. Außer ihr habt wieder Shiggy-Showcases am Frobeil-C-Day. Das ist auch immer sehr lustig, was ein Yendik da macht. Bundles im Webstore gucke ich gar nicht rein. Event-Boxen brauche ich gar nicht. Sticker, das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Und dann waren das eigentlich sogar schon die News. Ich sammle meine Coins die ganze Zeit jetzt eben für das Go-Fest noch. Ich brauche da eine schöne, fette Raid-Box, dass wir in Gera, wenn wir da unterwegs sind, dann eine schöne kleine Raid-Tour machen können. Mit Livestream und allem drum und dran. Was sagt ihr zu dem Pokémon? Mögt ihr Frobeil? Hasst ihr Frobeil? Habt ihr schon mal Frobeil gegessen? Ah, die Putz-Züch. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, 4 Haut. Euer Ramses. Wo ist denn hier der Ausknopf? Da.